Und aus Köln zugeschaltet ist mir jetzt Claudia Roth, Kulturstaatsministerin von den Grünen. Hallo nach Köln. Iyak Samla, guten Abend. Iyak Samla, Frau Roth. Nicht zuletzt seit den Gezi-Protesten vor zehn Jahren haben Sie ja ein sehr intensives Verhältnis, eine sehr intensive Verbindung zur Türkei auch. So ein Wahlabend wie der heutige. Was macht er mit Ihnen? Es ist unfassbar aufregend, weil ich glaube, es ist die aller, allerwichtigste Wahl. In diesen Zeiten. Es ist so wichtig, ob es in der Türkei tatsächlich einen Frühling geben kann, einen politischen Frühling geben kann, wie Herr Kelic Staroglu ja gesagt hat. Und diese Wahl, die bedeutet ja nicht nur für die Menschen in der Türkei und für die Entwicklung der Türkei unendlich viel, sondern auch für viele, viele Menschen hier bei uns, die Wurzeln haben und die genauso gespannt in die Türkei gucken wie ich jetzt. Frau Roth, es ist an dieser Stelle noch viel zu früh, was über den Ausgang dieser Wahl zu sagen. Deswegen zwei Szenarien, die ich Ihnen kurz ausbreiten möchte. Was würde auf der einen Seite ein Sieg von Erdogan bedeuten für die Türkei? Was würde auf der anderen Seite ein Sieg von Kelic Staroglu für die Türkei bedeuten aus Ihrer Sicht? Also im Moment ist tatsächlich sogar eher der Streit oder die Macht der Zahlen, die jetzt reingeplustert werden. Und da haben wir ja die Erfahrung gemacht. So war das auch in Istanbul bei der Wahl zum Bürgermeister. Da wurde sehr schnell versucht, mit Zahlen Stimmung zu machen, die sich dann hinterher aber gar nicht als wahr herausgestellt haben. Ja, wenn Erdogan weiter an der Macht bleibt, dann glaube ich, dass es eine unfassbare Enttäuschung für viele ist, die hoffen, dass die Türkei einen anderen Weg eingehen kann. Erdogan ist verantwortlich für eine große, große Wirtschaftskrise. Erdogan ist verantwortlich für die Entrechtung des Rechts in der Türkei. Erdogan ist verantwortlich dafür, dass viele Journalisten, Journalistinnen, Künstler, Künstlerinnen, Politiker wie Selahattin Demirtas, Kulturmäzene wie Osman Kavala seit Jahren im Gefängnis sitzen. Und ich glaube, es wäre für viele, viele, viele Menschen, die eine große Erwartung an diese Wahl haben, eine unfassbar große Enttäuschung. Und auch für uns, glaube ich, wäre es natürlich, würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass die Türkei die Chance hat auf einen Wechsel, auf einen Wandel, auf einen politischen Wandel, wieder hin, zurück zur Rechtsstaatlichkeit, dass die europäische Türkei und viele, viele Menschen, gerade auch junge Menschen sagen, sie sind Europäer wie Sie und ich. Sie wollen diesen Weg nach Europa begehen, dass dieser Weg nach Europa sich wieder öffnet, der mit Erdogan und mit seiner Politik praktisch verschlossen war. Und wenn es denn so wäre, dass die Opposition, die ja ein ganz breites, ungewöhnlich breites Bündnis darstellt, von JHP bis zu Jeschil Sol, wo die kurdisch dominierte HDP ja mit dabei ist, bis zu einer Partei von Herrn Babacan, einem ehemaligen Anhänger von Erdogan, vom ehemaligen Außenminister. Also es ist ein ganz breites Bündnis, dass dieses breite Bündnis tatsächlich zeigen kann, wie ein neuer Weg für die Türkei aussieht. Ich würde mir das sehr, sehr wünschen. Sie sprechen von einem neuen Weg für die Türkei, vielleicht ja auch dann von einem neuen Weg für die deutsch-türkischen Beziehungen. Sie haben es angesprochen, es gibt viele Menschen auch in Deutschland mit Wurzeln in der Türkei, auch Wahlberechtigte jetzt bei diesen Wahlen. Und das Verhältnis in den vergangenen Jahren, ich glaube, es ist von meiner Seite vorsichtig formuliert, wenn ich sage, war unterkühlt, stark abgekühlt, da würden sich manche Menschen, glaube ich, auch was anderes wünschen. Ja, und ich glaube, also sagen wir mal, geht es davon aus, dass die Opposition gewinnt, dann ist es aber auch an uns zu zeigen, wir helfen bei diesem Wechsel, bei diesem Wandel mit. Denn faktisch ist dieser Staat bankrott. Er ist bankrott. Das hat Erdogan ja zu verantworten. Es gibt eine dramatische Inflation. Die Menschen auch weit in den Mittelstand in der Türkei sind verarmt, sind wirklich verarmt. Und wir müssen dann im eigenen Interesse, dass wir den demokratischen Neubeginn unterstützen und einen wirtschaftlichen Neubeginn unterstützen, dann aber auch diese neue Türkei oder diese neue Regierung mit unterstützen. Das müssen wir wirklich tun. Dann muss es auch aufhören, diese eher antitürkischen Tendenzen, die es ja auch in der deutschen Politik gibt oder in deutschen Parteien gibt, die müssen dann wirklich zu Ende sein. Sondern dann müssen wir sagen, wir helfen dieser Türkei, wir helfen den Menschen in der Türkei aus einer dramatisch schwierigen Situation. Zum einen tatsächlich die ganzen Institutionen, die sind entdemokratisiert worden, wenn ich das so sagen darf. Der ganze Staatsapparat, die Medien, die sind gleichgeschaltet. Also ich meine, wir können uns ja gar nicht vorstellen, einen Wahlkampf zu machen, in dem die gesamte Opposition überhaupt keinen Zugang hat zu den öffentlichen Medien, zum Fernsehen. Die kommen da praktisch gar nicht vor, weil alles gleichgeschaltet ist. Also von fairen Verhältnissen zu sprechen, fällt mir in diesem Zusammenhang sehr schwer. Also wir müssen diesen Wiederaufbau dann mit großer Kraft und mit großer Überzeugung unterstützen, dass wir ein sehr großes Interesse daran haben, an einer sich demokratisch verändernden Türkei, an einer sehr pro-europäischen Türkei, weil das auch deutlich in unserem Interesse ist. Wie das ausgeht, Frau Roth, das haben wir heute bei Phoenix im Blick. Vielleicht gibt es ja sogar auch erst in zwei Wochen bei einer Stichwahl dann das endgültige Ergebnis. Dann reden wir gerne noch einmal miteinander, wenn Sie möchten. Csak tesha küler, Grüße nach Köln. Ich danke Ihnen sehr und ich danke auch den vielen, vielen Hundert, den vielen Tausend Wahlbeobachter und Wahlbeobachterinnen, die ihr Möglichstes tun, damit es nicht zu Manipulationen an den Urnen oder mit den Urnen kommt. Ich danke Ihnen.